hiermit begrüße ich sie einmal ganz herzlich zu diesem kurz video in diesem video zeige ich ihnen wie sie über die mobile app die währung konvertieren können wir befinden uns jetzt aktuell im portfolio fenster die erste möglichkeit wie ich die währung konvertieren kann ist ich klicke hier auf eins meiner bar salden und zwar nehme ich hier einmal zum beispiel meine euro bar mittel und dann kann ich dort auf umwandlung klicken dann sehe ich hier oben rechts auch schon direkt euro ausgewählt und dann will ich unten noch die währung aus sind die ich konvertieren möchte zum beispiel kanadische dollar oben links kann ich dann die menge an euro eingeben die ich umwandeln möchte ich will ich hier einmal als beispiel 1000 euro wenn ich auf enter klicke sehe ich hier unten die menge in kanadischen dollern angezeigt und auf der rechten seite auch einmal den wechselkurs unten kann ich dann beispielsweise auch den chart sehen hier ist noch einmal angezeigt dass bei der umwandlung eine market order verwendet wird das heißt dass diese order zum aktuellen wechselkurs ausgeführt wird dann kann ich hier unten einmal den slider ziehen zur umwandlung sobald die währung dann konvertiert ist kann ich das hier bei meinen kanadischen dollern auch sehen die nächste möglichkeit wie sie die währung umwandeln können ist einmal über das menü und dann über den punkt währung umwandeln hier können sie dann oben rechts auch einmal die währung auswählen die sie tauschen möchten beispielsweise euro möchte ich jetzt in us dollar umwandeln dann kann ich auch hier oben links die menge an euro eingeben die ich tauschen möchte klicke dann auf enter und sehe ich hier wieder die menge in us dollar und auf der rechten seite den aktuellen wechselkurs dann brauche ich nur einmal unten den slider ziehen so dass die währung umgewandelt wird und nach ein paar sekunden kann ich das auch an meinen us dollar bar mitteln erkennen jetzt kann ich hier meinen bestand an us dollar bar mitteln sehen das war es auch schon und dann danke ich ihnen hiermit einmal für ihre aufmerksamkeit ja